und es hallo herz Prozent willkommen zu einem neuen Netzwerk unseren Kanal nach unserem weil ich ein Freund da ist und der heißt Maximus jetzt kommt die Einleitung habe ich schon immer allein gefühlt solange ich mich erinnern kann ich bin mir nicht sicher ob ich es mag oder ob ich einfach daran gewöhnt bin aber eins weiß ich bestimmt einsam sein der letzten Abend und sich die ganze Zeit verbitternd verärgern und ein bisschen und beschissen fühlen frisst einen innerlich auf also wir machen das so der Max ne und ich wir spielen gleichzeitig gleich weit gibt es immer eine Folge von mir und eine Folge bei ihm wisst ihr ich habe irgendwie so ein Foto bereit warte warte ich bin noch nicht soweit ich bin nämlich noch irgendwie ich bin noch im Film also ich zeige der Film fängt gerade an Jo die Karte sieht sehr komisch aus ist das Bild so verwischt ja das muss so ach so mach mal nix im Bach mal nix da ja 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 mach doch mal ja mach doch mal und nach 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 Der Oppo hat 4 zu 1 gewonnen. Gegen? Das ist Duttgart, glaube ich. Ah. Also ich sag bloß eins. Ihr kennt doch alle. Äh, warte mal, wo ist denn das hier? Jonsina! Jonsina! Ja los, werd fertig mit deinem Film. Okay, jetzt sitz ich im Zug und er guckt raus. War immer gut, war immer wieder da. Oh, was sagt, noch 4 die oben am, äh, ist gespürt. Jetzt lädt er. Das ist also der Ladebildschirm. Oh, jetzt geh ich. Okay. Das ist schon ein bisschen älter, deswegen mich wundern wegen der Graf. Das ist schon ein Horror-Games-Konorfer. Oh, schweißer. Oh, schweißer. Was ist denn ernst? Der heißt Fian? Der heißt, ich schreit, ich schreit zufällig auf. Hey, ich schreit. Ich schreit zufällig auf. Oh, ah, blut. Ein Dock. Boden? Ne, Kumizelle. Ein Dock. Dock. Ein Out onto. ein Mensch da ein anderer Mensch gegen die mit dem Kopf in die Wand tausen und Blutwut auf den Weg ab alles klar und noch irgendwas komisches take the was okay jetzt bin ich da wo der Maximus auch das muss man machen also das Bild das muss ganz ehrlich so eine kleine Planung der Maximus der Bild muss aber so verurscht der Maximus kann nicht mehr also er kommt nachher wieder er hat was zu erleben das ist wieder schöne Werbung für Half-Life und wir gehen da rein okay I hate you gar nicht die Tür eine volle Tür gar nischt gar nischt gar nischt okay ich würde da rein gehen ahja hey Leute jetzt bin ich gerade fest was ich jetzt los so okay so wo bin ich jetzt so wo bin ich jetzt so wo bin ich jetzt okay Nummer 1 das ist ja verwirrend sehr verwirrend hier mit dem Schwarz okay was konnte ich nicht lesen da ist die Tür da war irgendwas so schlimm war das nur auch nicht aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet da ist ja schon die Lebensanzeige da liegen wir auf der Straße da liegen wir auf der Straße Handy hm gut haben wie immer ich mach besser auf dem Weg okay ja vielleicht will ich es sagen oh oh ich soll ja jetzt ja dass du hier nicht hochkommst alter Oh, jetzt haben wir es umgenommen. Inventar, no. Ah, okay. Ich kann zugegenstände benutzen. Benutzen. Alles klar. Ist das ein Stein oder ein Müllsack? Ich vermute mal ganz starken Müllsack. Ah, wir haben da links oben. Sie wollen, dass wir Nachrichten haben. Wo bist du? Wir kommen so früh nach Hause. Es wird bald dunkel. Es ist schon dunkel. Sprinten. 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 Wir brauchen Energie, okay. Ich drücke B, um momentan ein Ziel anzusehen. Find a code to the padlock. Okay. Okay, so schlägt man. So macht man Licht an. Da kommen wir glaube ich auch nicht hoch. Nee. Von hier? Alter. Nee. Ich fahr mal, ich höre mal. Ich hab ein Auto. Es ist ein Batterien in Spanien oder was auch immer. Du kannst ein Handy in Licht fallen. Du kannst eins in Licht zu aktivieren. Das Handy verbraucht keine Batterien. Das Handy verbraucht keine Batterien. Ich weiß was aber, das ist ja bloß so ein Löwenkopf, äh lol, häng ich ihm fest? So. Gibt es hier was? Nein. Wo bin ich hier, Alter? Okay, ein Marktplatz. Ah, okay. Gut. Eigentlich nur umzwitschen, das ist viel besser. Wo kommt man hier rein? Okay. Schleichwerbung, Coca-Cola. Aber ich fände die Streitlicht aus, glaub ich, oder? Ja, ich fände die Streitlicht aus. Was ist das hier, kann man da ran? Ender, ja, ja. Login, da komm ich hinter, okay. Brauchen wir, müssen wir das hier besuchen. Scheiße. Das hier hinter? Ne, kommen wir nicht hin, ne? Okay. Weiß da oben ja was. Ja, Tatsache. Liedhoffer... Lied... Leatherhoffer... 45. Haben wir das jetzt hier? Da, Hidden Note 2. Ah, okay. Da können wir mal nachgucken, das ist ja gut. Hier ist ja auch noch... Hier hinter? Nein. Weh. Oh, hier liegt da noch was. Na-ri-ga-na... Okay, aber sowieso alles bei den Nodes, also... Können wir mal sprinten und da hinten mal einloggen. Wo weiß was hier ist? Warum ist hier überhaupt auch keiner? Die Bar ist offen, aber hier ist ja... Oh, die sind auch nicht verrundiert, Alter. Und das verbraucht... Äh, was mach ich denn hin? Das verbraucht auch keine Batterie? Doch. Lassen wir das mal. Wie ging das nochmal? Warte mal, wie war noch was? Doch, Nodes. Hidden Note 1. May. Mari. Gein. Herrni. Okay. Dageil. Gain. Dageil. Trquote. Dageil. Drquote. Ja. Kann ich das gleich mal nachgucken. Naja, jetzt sein sollte man mal azure rivalryi. Das heißt ja hier, wo das alles ausschreiben hier, Hidden Note. So, M, A, R, R, E, A, G, E, I, N, A, P, R, I, L. Das wäre das erste gewesen und, äh, das zweite, das wäre ... Ach, hoffentlich stimmt das auch so, weil sonst weiß ich hier nicht mehr weiter. Ich meine, bis dann habe ich schon mal gespielt, deswegen weiß ich jetzt alles. Maria ... Klein ... 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 Kann man das öffnen? Jill... Äh... Schreiben mir die Zahlen nach... Zwei, vier... Fünf, sieben... Zwei, vier, fünf, sieben... Und so... Draußen war wer... Was? Okay... Äh... Ja... Das sieht mir alles nicht sehr... Ich bald was besser an der Hand... Welches Schloss ist denn gemeint? Die kommen ja zum Flaschschloss... Welches Schloss? Dies hier? Nein... Ich geh nochmal zurück... Welches Schloss denn? Ich bin hier gar nicht schlank... Geh nochmal... Welches Schloss denn? Ich bin hier gar nicht schlank... Geh nochmal... Ja, das schafft man doch nicht, oder? Guck mal da oben rauf... Weiß das gar nicht... Ups, das war ein Fail... Ja, das schafft man gar nicht... Nichts Ich bin aber nicht. Ich habe ja nochmal franken... folgendes Schloss nicht so ein Schloss wie Präsent Prozessen, sondern ein Türschloss die Tür warstens, das ist vereistig das haben wir eben herausgefunden eins von den Türen denn schon? hier oben muss hier keine Türen, nein wie weit muss ich denn zurückgehen, Alter? nee er kommt dann nach oben in den Kopf reingestochen er kommt dann nicht rüber so vielleicht wollen wir noch weiter zurück aber wir müssen noch weiter zurück, eins von beiden Slater ich glaube wir nahe mich auch noch eine Tür genau, hier ah ok ach so wie ging das? ach so ok 2 4 5 7 yes man 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 9 10 10 21 20 21 23 22 25 25 25 22 25 Vielen Dank.